Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, der vorliegende Antrag ist ein bisschen symptomatisch vielleicht für den gegenwärtigen Zustand der Grünen. Man könnte es kurz so zusammenfassen. Wir haben keine Antworten, also machen wir das, was wir immer machen und schreiben Corona drauf. Das erinnert vielleicht auch ein wenig an den irrlichternden Parteichef Habeck, der notleidenden Unternehmern empfiehlt. Sie können sich ja jetzt mal eine neue Heizung einbauen und der zwar niemanden findet, der ihm die Haare schneidet, aber jemanden hat, der ihn dabei fotografiert. Immerhin, die Grünen haben fehlerfrei erkannt, dass die Corona-Krise Geld kostet. Bund, Land, Bürger, Unternehmer, ja und natürlich auch die Kommunen. Für die meisten hier ist es keine neue Erkenntnis, für die Grünen offenbar schon, denn sie stimmen noch Anfang des Monats gegen unseren Antrag für zusätzliche Hilfen an die Kommunen. Aber vielleicht liegt es ja auch daran, dass es ihnen gar nicht so sehr hier um Corona geht. Vielmehr wollen sie dort, wo ihre Luxuspolitik tiefe Löcher in die Kassen gerissen hat, nun die Gemeinschaft dafür einstehen lassen. Also auch die Städte und Gemeinden und Kreise, die solide gewirtschaftet haben. Aber bevor wir über Hilfen von oben reden, vom Land oder vom Bund, sollten ihre Freunde in den Räten erst mal über eigene Einsparmöglichkeiten nachdenken. Und da würden einem viel einfallen. Heben Sie vielleicht den Klimanotstand auf, den Sie in all so vielen Städten verhängt haben, der viel Geld kostet, jetzt wo es einen tatsächlichen Notstand gibt. Führen Sie doch all die vielen Klimamanager und Klimabeauftragten in den Kommunen wieder einer sinnvollen und produktiven Beschäftigung zu. Sprechen Sie die kommunalen Subventionen für Lastenfahrräder und anderen Öko-Klimbim. Ja, irgendwie ist die katastrophale Notlage, die Sie hier so wortreich beschreiben, offenbar noch nicht in den Köpfen aller Bürgermeister und Ratsherren und Frauen angekommen. In meiner Heimatstadt Köln fordert die Oberbürgermeisterin, die man Ihnen ja zumindest im Geiste zurechnen muss, noch vor wenigen Tagen per Video weitere Flüchtlinge an. Und die Grünen, ihr verlängerter Arm hier im Landtag, jammert im Antrag nun rum, dass es für die ja nicht genug Geld gäbe. Ja, was ist es denn nun, meine Damen und Herren? Was soll es denn sein? Meine Damen und Herren, wir sind sehr dafür, dass wir den Kommunen helfen, durch die Krise zu kommen. Das wird angesichts von Steuerausfällen und Mehrausgaben kaum ohne zusätzliches Geld vom Land gehen. Das ist alles richtig. Aber auch die Kommunen selbst müssen eben einen Teil dazu beitragen. Nicht jedes grünideologisch gewünschte Projekt wird in naher Zukunft noch finanzierbar sein. Und genau dazu schweigt Ihr Antrag sehr vielsagend. Es ist jetzt eben möglicherweise kein Geld mehr da für Ihren Klimasozialismus, für Open Borders und für all die anderen Schönwetterprojekte, mit denen Sie und Ihre Parteifreunde nun schon seit Jahren unsere Kommunen in den Ruin treiben. Ja, hätte man in den vergangenen Jahren solide gewirtschaftet, anstatt für solchen Unsinn das Geld hinauszuwerfen. Dann würde den Kommunen jetzt nicht schon nach ein paar Wochen möglicherweise die Luft ausgehen. Statt das ehrlich zu sagen, singen Sie wieder das alte Lied von den Altschulden und gehen wieder mit keinem Wort darauf ein, wer die zu verantworten hat und wo die herkommen. Jetzt sind Sie nun mal da, heißt das altbekannte Motto, und jetzt müssen wir Sie sozialisieren. So die Forderung der Grünen. Aber da gehen wir eben nicht mit, denn das ist unehrlich, vor allem wenn man da jetzt Corona drüber schreibt. Meine Fraktion wird gerne konstruktiv bei jeder Maßnahme mitwirken, die den Kommunen hilft, über diese Corona-Krise hinwegzukommen. Wir haben vor einem Monat hierzu schon einen Vorschlag eingebracht. Die Grünen haben das leider abgelehnt. Wir wären auch gerne bereit, diesen Antrag konstruktiv zu begleiten, denn es sind ja sinnvolle Punkte enthalten, sogar Punkte, die wir selbst schon gefordert haben, Kostenübernahme für die Kita-Betreuung zum Beispiel, aber eben auch Dinge, die wir nicht mittragen können und nicht mittragen wollen, da Sie leider einer Ausschussberatung nicht zustimmen, meine Damen und Herren, einer Ausschussberatung nicht beantragt haben, meine Damen und Herren von den Grünen, enthalten wir uns daher. Vielen Dank, Herr von und Herr Tritschle.